Die haben uns erzählt, dass Makin ein Erfolg war. Aber um welchen Preis? Viele gute Männer sind hier gefallen. Eigentlich waren wir nach unserem Einsatz alle urlaubsreif, aber irgendein hohes Tier scheint auf uns aufmerksam geworden zu sein. Also wurden wir nach Guadalcanal verlegt. Die 1. Marine-Division war dort schon vor ein paar Wochen gelandet und hatte ein Flugfeld des Gegners erobert. Der Dschungel rund um das Flugfeld ist immer noch hart umkämpft. Tja, und genau das sollen wir ändern. Und danach jagen wir diese Bastarde vor. Hallihallo und damit willkommen zu einer neuen Folge von Mellif on the Pacific Assault. Hier ist mal wieder euer KoraZoo. Also ab in den Südpazifik diesmal mit uns, ab auf eine neue Insel. Das wird bestimmt wieder lustig. Wollen wir mal sehen. Gunnery Sergeant Minoso, hä? Hör auf damit, Willy. Lass mich in Ruhe. Stimmt genau, Willy. Hast du ein Problem damit? Aber nicht doch, Gunny. Ich frag mich nur, warum du? Ich meine, jeder hier weiß, dass Tommy der Held der Truppe ist. Halt endlich die Klappe, Willy. Und was ist mit Jimmy? Mal ehrlich, was wären wir ohne einen Doktor, der uns immer wieder zusammenflickt? Besonders bei mir. Oder hey, was ist mit mir? Denk an den Kerl und den Baum, den ich erledigt hab. Achtock, alle Mann, raus! Habe ich mir den Streifen vielleicht selbst verliehen? Oh, ich weiß, wer dir den verliehen hat. Nicht, dass du auf unsere Kosten Karriere machst. Das ist wie mit den Frauen, die dich angeblich so lieben. Du eingebildeter kleiner Mistkerl. Seit der Ausbildung höre ich mir diesen Mist jetzt schon an. Wie bitte? Ich hab kein Wort verstanden. Kein Wunder bei dem Lärm hier. Ich mach dich fertig und reden wir später weiter. Okay, Kumpel? Wahre Männer, liebe. Oh, äh. Hallo? Unsere Ausrüstung darf nichts passieren. Wir nehmen deshalb den langen Weg, damit unsere Flanke gesichert ist. Niki, du sondierst das Terrain. Sei vorsichtig, aber beeil dich. Los. Okay, Jungs. Das Flugfeld ist ganz in der Nähe. Aber wir sind immer noch im Niemandsland. Das wird kein Spaziergang. Gebt euch gegenseitig Deckung und lasst euch nicht abmalen, okay? Bringen wir es hinter uns. Allein auf. So. Ähm. Okay, so. Erst hocken wir hier, damit wir nicht getroffen werden und rennen jetzt lauter durch den Dschungel. Ja, okay. Logisch. Ei, ei, ei. Was haben wir noch für Waffen? Oh, eine goldene Granate. Die goldene Handgranate. Ja, Sprengstoff wie immer. Ui. Kumpel. Hallo. Oh, äh, sammeln. Ja, ich komme. Ja, ähm. Pistole. Kumpel gebrauchen. Gut, zurück zum MG. Und auf zu den anderen. Direkt vor uns liegt ein kleines Dorf, Gani. Die Japaner haben dort Geschütze stationiert. Einheimische? Nein, ich glaube nicht. Na, ich liebe Geschütze. Okay, Tommy. Schnapp dir Willy und einen zweiten Mann und kümmer dich um die linke Flanke. Der Rest kommt mit mir. Los. Ähm, okay. Der brüllt unter durch die Gegend. Dann ahnt er nicht dagegen, dass er kommt. Oh, okay. Äh. Geht wirklich direkt los? Ich bin nochmal am Schleichen. Okay. Na, da haben wir noch einen. Na? Oh Gott, das sind ja ganz viele. Nee, nee. Gut schon. Pada-bam. 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 Jetzt. Oh, der war gut. Boah, das ist ganz schön laut hier. Also ich leg noch mal jetzt ein MG. Ah, da oben ist noch einer. Natürlich, da kann ich nicht durchschießen. Ist ja kein Platz oder so. Ah, naja gut. Mal fahren und weiter. Noch. Wer wird denn hier? Wo ist das? Wo ist das im Haus? Im Haus. Okay, dann gehen wir mal drum und schau mal, ob wir da reinkommen. Oh, ey, ey, ey. Ey, ey. Nachladen. Diesmal nehmen wir mit der Pistole oder nicht. Hab ich dann nachher, was für Waffen wir haben, ey. Und dann sowas hier. Gut. Da auch noch nachladen. Was sind immer welche? Was? Wo? Ja, wo? Äh. Hier ist unser. Hm. Hm. Scheide ich zu sein. Okay. Okay, erstmal ein Medic hier. Und der schritt hier eine. Wo? Ach da. Oh Mensch. Wie viele sind die hier noch? Oh, der übergibt sich mit hinter mir. Ja, drei sollten reichen. Los, mach. Mach. Wir schießen. So. Na. Hä? Was für eine Kiste? Einer weniger. Na. Wieso treffe ich den nicht? Doch, jetzt. Okay. Ich hab nichts gesagt. So. Gibt's hier irgendwo Munition? Ne. So. Huch. Hallo. Oh, gleich noch einer. Hallo. Huch. Warte, der ist jetzt noch nicht weg. Jetzt wird er auch nicht. Sag mal. Werdet ihr wohl mal? Tschüss. Sag tschüss. Wenn nicht, dann machen wir es so. Hab ich getroffen? Ja, hatte ich. Wow. Oh. So. Du wirst du wohl nicht fernbleiben. Ja, und da kann ich wieder durchschießen, aber das andere Zäunchen nicht. Ja, ist ja klar. Ja, dann komm mal. Wo sind hier noch welche? Da oben? Ja, machen wir einfach mal den hier. Äh, ups. Ich glaube, das ging ja nicht. Ja, das ging ja nicht. Ah, war den nicht erwischt. Na, müssen wir uns hier erreicht. Dann haben wir es wohl geschafft. Ist irgendwo noch was? Ja, gut. Hm? Hm. Postkarten oder so. So. Äh. Warum zielst du? Warum zielst du mit der Waffe? Sammeln und Monikation prüfen. Auf zum Feldfeld. Nehmen wir die Waffe runter? Okay. Jetzt hatte ich schon Angst. Was ist mit dem los, Junge? Hau auf, Jungs. Nicht stehen bleiben immer. Oh, Dschungel. Ich hasse es jetzt schon. Da stecken sich bestimmt schon wieder irgendwo Gegner. Okay, das ist das Flugfeld. Hm. Ja, ist ja auch nicht gerade klein. Aber ja, nicht das Flugfeld. Wir sind daneben, die feindliche Basis war. Das finde ich ein bisschen unregulierend. Das ist natürlich aber okay. Ah, neue Waffe. Dann auf in die Pagode. Oh, ist... Ne, warte. Moment. Ich glaub, das soll so nicht sein. Ich will auch einsteigen. Lass mich rein. Hallo? Will rein. Hallo? Äh, ah, jetzt. Aber als letztes war ja klar. Genau. Fahrt weg. Ich hab hiermit nichts zu tun. Die Schöne Flugzeuge, Mensch. Eieiei. Also, irgendwie... Wo kommen bitte schon die Schüsse? Mörser? Nee. Oh, oh, oh. Oh, äh, so. Aua. Da wurden wir wohl getroffen. Na ja, ich schlafe erst mal eine Runde. Na, okay. Eieiei. Komm, jetzt das Flugfeld finden, geht schon wieder hier die große Bamboose los. Dabei wollen wir doch nur in Ruhe unsere Aufträge abfüllen. So, so. Kein Spaziergang, was, Jungs? Auf jeden Fall, Spaziergang. Alle Mann wohl auf? Ja, ja, alles klar, alles klar. Okay, wir müssen Ihre Artillerie zerstören. Los geht's. Okay, dann machen wir das Ort, Rally. Ah, ich ahne jetzt schon Böses dabei, aber gut. Hm, sammeln, okay. Okay, gleich haben wir den Mistkerl. Kein Mucks jetzt, kommt schon. Okay, dann schleichen. Jetzt rennen sie doch wieder, jetzt hocken sie wieder. Hä? Hä, nun schleichen oder nicht schleichen? Okay. Ach, ich ahne doch jetzt schon, dass hier irgendwas ist. Äh. Okay. Tommy, Tommy, du musst da rauf! Rüfft Granaten in die MG-Nester. Wir geben dir Deckung! Granaten in die MG-Nester. Wieso ich da... Hä? Äh! Welcher von den MG-S gibt drauf? Wieso ich da hoch? Vielleicht kann ich... Habe ich den? Nee. Doch. Hä? Hm. Vielleicht muss ich echt eine Granate reinwerfen? Das ist irgendwie so ein gescriptet Event jetzt, oder? Nee, der ist weg. Sehr schön. Hä? Schon ein neuer. Oh, Mensch. Vielleicht muss ich... Ist das gescriptet, oder? Ist da immer wieder einer gekommen? Außer ich wirf eine Granate rein, oder sowas? Ja, wieder weg. So. Jetzt aber. Nee, nicht... Och, nö, nö. Nicht dein Ernst. Ja, krieg ich von hier eine Granate rein? Im Hals. Ach, vorlaufen kann ich auch nicht. Ja, äh... Hm. War nix. Nochmal. Ja, fast. Nee, das... Okay, warte mal. Versuchen wir mal, näher reinzukommen. Oh Gott. Äh, diese Hindernisse sind nicht wirklich hilfreich. So. Kriegen wir ihn hier? Ja, gut. Da ist schon wieder neuer. Du bist langsam mal gut da. Was? Noch einer? Okay. Das war's jetzt schon mal endlich. Okay, also es ist doch irgendwo ein Ende. Gut. Dann jetzt gucken wir zum anderen. Das war Bescheid. So, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ähm... Da lang? Okay. Ah, jetzt sind wir oben drauf. Was passiert, wenn wir da so das Sprengstoff draufpacken? Ne, schnell weg hin. So. Müsste doch jetzt eigentlich weg sein. Ähm... Schauen wir mal. Hä? Hä? Immer noch da? Okay. Das ist er mal. Und noch einer. Jetzt muss ich immer nachladen. So, weil der Krieg gerannt. Gut, das ist hier. So, schlecht noch mal. Nein, 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 nein. Nein. Zu wenig Leben gehabt. Das war... Ne. Hey, Tommy, oder? Tommy Connell. Wo kommst du her, Tommy? Chief McAfee und Private Thomas Connell. So, dann halt noch ein Versuch. Jetzt wissen wir ja, was zu tun ist. So. Versuch noch mal zwei, aber ich hoffe... Ich hab die Zeit jetzt nicht so im Auge. Okay, gleich haben wir den Mistkerl. Kein Mucks jetzt, kommt schon. Ja, nicht so weit, wie wir über 10. Falls es wieder eine längere Folge wird, es tut mir leid, aber ich müsste auf jeden Fall das noch schaffen. Ich werde mal versuchen, jetzt auch ein bisschen schnell zu machen hier. Nicht eben hier so lang zu schleichen. Nächstes Mal gehen wir direkt da lang. Hat der geholfen? Jetzt ist mir aber nicht einmal getroffen. Okay, jetzt. So. Jetzt geht mit dir. Tschüss. Nö. Ich sagte Nö. Okay, na. Bist du wohl. So. Ja, das ist schön gewesen zu sein. Dann nochmal nachladen, dass wir im Folge das Magazin für drüben haben. Und direkt weiter. Und tschüss. Nö. Nope. Nein. Na. Füge nein. Okay, nachladen. Schnell weg. Nicht quer in die andere Richtung, da hat es nicht geklappt. Und tschüss. Und tschüss. Sonst noch wer? Ah. Sagt bloß, ich habe es geschafft. Okay. Okay. Okay, Atomischelung erobern. Ähm. Nein, wahrscheinlich durch den Graben durch. Springen wir mal rein. So. So. Da kommen sie gleich wieder rein. Ich habe doch keine Zeit, Leute. Es ist okay, es ist okay. Ich habe keinen Zucker. Auf die Züge. Auf die Züge. Upsa. Da hängen sie alle. Hallo. Äh. Wie wird stehen da runter? Hey. Wird wohl irgendeine Tiefenentspannungskur oder so sein. Okay. Ist da was? Oh, ich habe Munition. Langsam rückwärts gehen. Hey. Was? Gerade wo? Wo sind eigentlich die anderen? Ah, die sind schon hier. Mensch. Da helfen wir doch gleich mal. Ratatapau. 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 Hörst du wohl jetzt? Ratatapau. Geht doch. So, nun. So ist es in die Luft, ja? Soll ich machen Badabum? Badabum? Ach, ne. Äh, abwehren. Okay. Wollen wir wohl überhalten, das Geschütz. Na gut. Ja, erst mal heilen. Wer weiß, was hier kommt. Ich habe nur noch drei, Tommy. Ja, das sollte reichen. Diesmal. Was hat er gequimt? Sag mal, smokest du einen, oder was? Oh, wo kommen die jetzt? Hm. Die können von allen Seiten kommen. Oh, ich hab von vorne, dass sie mich hier kommen. Die können eigentlich nur dann von hinten kommen. Vorsicht, Leute! Hm? Ja, wahrscheinlich schlecht. Hä? Ist da noch einer? Ah, jetzt sind sie da. Gut. Dann schnappen wir uns sonst mal. Noch einer. Noch einer. Sag mal, was ist denn hier los? Sag mal. Ist hier was umsonst? Das ist jetzt unser Geschütz. Geht weg. Okay, hausieren nicht erlaubt. Tschüss. Wir können doch... Äh, soll ich jetzt... Nein. Nein. Warum habe ich denn noch Waffe? Nein. Ich will nicht. Ja, die schießen ein bisschen schneller. Da hab ich echt meine Waffe weggeworfen, um Stehenkerl aufzuheben. Oh, Mann. Ja. Ich sollte vielleicht nicht mehr so auf die Arme und Beine schießen. Genau, so. Wo ist mein Gewehr? Wo ist mein... Ah, da ist mein Gewehr. Oh, Gott. So. Was passiert, wenn ich einfach mal... Oh, ich glaube, ich habe einen von uns erwischt. Ups. Ähm, ich war es nicht. Oh. Ah, super. Verdammt. Niemand fasst etwas an. Überall Sprengfallen, Frank. Ernsthaft? Tommy, jagt die Kanone in die Luft und dann weg hier. Okay, jetzt doch eine Luftjahr. Wer weiß, was du noch alles zu bieten hast. Nee, damit nicht. Damit. Hier, bitteschön. Tja, wo ist kaputt? Wo jetzt hin? Da lang? Hm? Auf, geh lang. Ach, da lang. Okay. Lass mal sehen! Lass mal sehen! Schau'n, Jan! Schau'n, Jan! Schau'n, Jan! Noch zwei, dann sind sie alle. Ja, schauen wir schon. Gut. Das sind auch schon mal gute Nachrichten. So. Zurück zum Henderson. Okay. Mal sehen, ob das so einfach ist, wie es klingt. Na, das Spiel wird gespeichert. Das ist wieder so ein Hinweis. Ja, da kommen sie. Ah. Okay. Hm. Oh Gott, was ist das für ein Visier? Hä? Okay, jetzt mal nachladen und nochmal versuchen. Ah, jetzt habe ich einen Wisch. Gut. Huch. Äh, tschüss. Geht weg. Da kommen die uns wieder eigentlich zu nah. Mensch, hätte ich bei unseren Endjungen dann nicht mit weggespringt. Hätten wir hier ein bisschen mehr Feuerkraft. Aber gut, wir schaffen das schon. Da sitzt, da sitzt. Bada boom. Bam. Ah, bam. Da klappt es. Bam. Bam. Jetzt. Hm. Sehr schön. Oh, erwischt. So. Hm. Wo sind noch welche? Ah, da sind sie. Was ist das für euch? Oh Gott. Das war jetzt nicht so gesund. Komme ich da hoch? Vorsicht, Leute. Oh, cool. Okay. Aha. Jetzt habe ich sie von oben. Oder auch nicht. Äh, warum rutsche ich hier runter? Hm. Hm, die wisse können wir nicht von Luftklärung. Schade. Ja, muss ich ihn so erwischen. Zack, 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 zack. Nein? Mach dran. Na, komm schon. Geht doch. Ja, natürlich greifen sie an. Okay, ich versuche mal von hinten das Ganze. Wer brüllt? Oh, da ist einer. Ah, nicht mehr so viel Leben sehe ich gerade. Oder? Nee, nee, nee. Oh, hallo. Hm. Oh. Ja, ist wohl. Oh Gott. Ich sollte mich zurückziehen. Okay, den kriege ich noch. Was ist hinter mir? Oh. Oh. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich rücke vor. Doc, ich bin getroffen. Ja, Sunny? Sunny. Okay. Ah, super. Hoffen wir, das dauert hier nicht mehr zu lang. Ei, ei, ei. Was machst du da? Okay. Oh Gott. Da haut eine ab, Tommy. Oh, ich bin getroffen. Ja, komm. Oh, ne, eine Falle. Oh, weg mit dir. Ah, super. Ich bin natürlich nach vorne gerannt, ey. Ich dödel. Oh Gott, ob das jetzt noch was wird? Ich glaube, das haben wir jetzt verkackt. Ei, ei, ei. Okay. Also, wir wollen mal ein bisschen für Action dazu sorgen. Okay. Oh, Mann. Okay, da ist noch einer. Oh, ich hasse so Dschungel-Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber da war es auch komplett Dschungel. Ich glaube, wie enten Namen rumging das und, oh, ich habe es gehasst. So, einmal hatten wir ja noch Heilung. Naja, übergib dich halt. Ich habe keinen mehr, also pass auf. Ja, ich weiß, ich, ja. Soll ich nicht mehr so vorstimmen, ich weiß. So, zack, zack, zack. Okay, das war's. Oh, okay. Schnell weg. Schub, schub, schub. So. Weiß. Wie können die mich hier treffen? Steh in deinem Baum. Ich kann durch nichts durchschießen, aber die können durch alles durchschießen, das Gefühl. So. Naja. Landen auch mal nach. Wer weiß, was noch uns wartet. Ach, Leute, ich muss vorsichtig sein. Hab keinen. Was? Okay, Minipick mir bei meinem, unseren Medic. Bin ich selber. Ah. Ich will mir jetzt zu viel, zu schnell leben. Das muss doch nicht sein. Hä? Ach da. Ja, und weg ist er. Auch nicht. Hä? Wie jagt ihn hoch? Soll ich Sprengstoff hinwerfen, oder was? Komm her. Aha. Komm schon. Ja, er muss ja hier mal was tun. Dame. Also, falls einer von euch das übersetzen kann, was die hier babbeln, ich würde gerne mal wissen, dass sie immer einen hier an den Kopf schreien. So. Wow. Der kommt ja durch. Oh Gott. Ich dachte, das wäre irgendwie so nicht durchlaufbar. Ey. Oh Gott. Erstmal nachladen. Oh Gott. Kein, kein Sunny mehr. Kein, kein Leben mehr fast. Oh Gott. Ich hoffe, es hat bald ein Ende. Das war der letzte. Das war der letzte. Okay. Das war's wohl im Sinne von, wir haben's geschafft, oder im Sinne von, äh, vielleicht kommt noch was. Oh Gott. Ah, ich hab Angst. Überprüft die Waffen, wir gehen rein. Oh, okay. Oh, ich hab's geschafft. Oh. Das war knapp. Ich hoffe nur, wir sind jetzt wirklich da und nicht noch irgendwas anderes. Aber egal. Für euch würde ich erstmal sagen, die Aufnahme ist hier beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen da. Abonniert mich, falls ihr mehr Let's Plays sehen wollt. Es wird auf jeden Fall noch neue Spiele kommen. Und, ja, ich würd sagen, dann übergebe ich an die Endcard. Dann danke ich für diese freundliche Übergabe an mein vergangenes Ich. So, die Endcard. Ihr seht hier mein wunderschönes Gesicht, also Comics-Trip jedenfalls. Und links davon habt ihr immer die letzte Folge. Und unten drunter habt ihr dann immer etwas anderes, was ihr euch auch anschauen könnt. In dem Fall werde ich hier mein Overwatch-Let's Play nochmal reinsetzen, weil das sozusagen momentan noch der Gegenpart ist. Bald kommt aber was anderes, da Overwatch nicht so große Resonanz hatte. Also kommt was anderes. Und ganz unten habt ihr noch einmal meine Facebook-Seite und den Abonnieren-Button. Ich würd mich freuen über neue Abos. Über Daumen hoch natürlich auch. Und über Kritik freu ich mich auch immer sehr, insofern sie konstruktiv ist. Also Leute, klickt mit der Maus, haut in die Tastatur, so wie man's halt macht und zockt. Denn das macht Spaß. Und dann geht es. Untertitelung des ZDF, 2020